Hallo und herzlich willkommen bei der Hasengruppe. Die Hasengruppe vereinigt Hase Garten- und Landschaftsbau, Hase Straßenbau und Grünwert Lüneburger Heide Hamburg. Wir sind Ihr professioneller Partner in der Lüneburger Heide. Egal ob Sie sich fachgerechte Pflasterarbeiten rund um Haus und Grundstück wünschen oder Sie Ihren Garten in eine Wohlfühloase verwandeln wollen, unser erfahrenes Team übernimmt sämtliche Planungs- und Bauarbeiten rund um Ihre Grünflächen, genau nach Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen. Ob für private, gewerbliche oder öffentliche Grünflächen, unser Profi-Team findet immer die passende Lösung für Ihre Gartenträume. Gerne beraten wir Sie ausführlich zu all unseren weiteren Leistungen im Bereich des Straßenbaus, Grünflächenpflege und Winterdienstarbeiten. Ich arbeite gerne bei der Firma Hase, weil wir ein unwahrscheinlich großes Tätigkeitsfeld haben, vom Teichbau bis zum großen Pflasterbaustellen, Pflanzarbeiten, Pflegearbeiten. Und am Arbeitgeber schätze ich besonders, dass es stets sein Offenstorfe, seine Mitarbeiter hat und einem auch klare Zukunftsperspektiven gezeigt werden. Wann werden Sie ein Teil der Hasengruppe? Ich habe mich für die Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau bei der Firma Hase entschieden, weil mir hier neben einer fachlich kompetenten Ausbildung auch ein breites Arbeitsspektrum angeboten wird. Wir suchen für unsere Neubau- und Pflegeprojekte Landschaftsgärtner, Straßenbauer, Baumpfleger, Helfer und Maschinisten. Überzeugen Sie sich selbst. Wir lassen auch Ihre individuellen Gartenprojekte wahr werden. Das Team der Hasengruppe freut sich auf Ihre Anfrage. Das Team der Hasengruppe freut sich auf Ihre Anfrage. Das war's für heute.